Das ist doch hier geschlipp auf die Krieger. Mhm. Da wird er wahrscheinlich eh auf mich geh. Also ich hoffe, dass er auf mich geht. Ne, ich... Ne, wieder. Okay, ich bin ein Kielst. Oh, Alter. Jetzt ist es noch ein Kiel. Ich komme mal auf einen Monk, der steht wirklich komplett frei die ganze Zeit. Okay. Das macht das wieder cool, jetzt kriege ich gleich einen Lag-Sweep. Warte, jetzt steht er damit wieder durch. Ich kann ja den 50 so cool als in der Stall. Ich bin gestalt. 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 wir haben noch anstürmer alter wie oft haben wir anstürmen 2x wenn er skillt wenn er skillt hat er 2x vom damage wacher schläft was will ich geeft ja 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 toll so jetzt hat nichts aber das soll uns jetzt geht er noch einmal fertig ich hole dann mein pet ein eröffnen schauen ja das ist dann okay gut Das wird nicht betäubt. Schrauben wir noch damage. Ich mach gleich, ich nehm Hexer auf. Ich hab ja Spieler in 10 Sekunden. Ich mach den Streifen. Cache bestanden. Hexer wieder raus. Hexer. 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 Oh fuck. Sorry. Hexer. Ich versteh den nicht mehr. Egal. Schrauben wir versucht aber auch gar nichts. Der haut gar nicht ab. Gar nichts. Helps halt doch. Das ist so gut. Ja ich bleib gespielt geraufen. Aber der Hexer zieht halt alles weg. Ja ich bin voll poly. Ach so. Zieh was. Ich hab alles ziehen und ziehen müssen. Oh du musst mich trotzdem toppen. Weil das ähm. Ja das war jetzt scheiße. Das haben sie jetzt gut gemacht. Ich musste immer den Fassel ziehen. Okay ich geh auf den Hexer. Okay. Okay. Wenn man wieder doppelt setzen. Das ist doch doch. Ja da ist auch er weg. Nee schon nicht. Fuck. Ja du musst sagen das machen wir schon. Ich hab das sollte jetzt überhaupt nicht. Bin wieder auf den Charmin. Ja. Bin wieder Hexer raus. Ich hab gleich wieder Eis. Eisfalle. Ja ja. Ich hab meinen Hammer hier. Ich weiß. Eisfalle jetzt. Jetzt ist er wieder draus. Ist der 10? Ja. Hammer. Der Charmin werde gleich Bugs spielen. Ich glaube ich ein bisschen. Defensiver spielen. Ja. Ich hab. Ich kann jetzt gleich wieder. In den normalen Heilen. Jetzt den Nehmen wieder. Der Charmin raus. Okay. Bin auch im Stun. Aber ich kann jetzt. Schamir Eisfalle jetzt. Okay. Er muss jetzt sterben. Ja, top gespielt. Ich mach mir hier wieder als erstes Schild. Dann muss ich zuerst das Schild kurz finden oder so. Ich bleib hier. Komplett hier? Nee, nur am Anfang. Heißfalle. Okay, das ist schon draußen. Ich hab was zünden muss, Sarges. Ich hab vielleicht wieder Eis vorne. Das Grip kann nicht fallen oder? Dann hau was fallen. Ja, jetzt. Ich hab mit 6 Sekunden dabei. Ich zieh was. Ja, fällt jetzt aber eh. Lauf, lauf. Stunt. Ich hab alles gut. Ja, ich hab alles gut. Ich hab alles gut. Ich hab alles gut. da geht, da geht doch los, das ist schon mal los black sweep, scheiße, scheiße ich gehe mal auf den monk jetzt geh auf jetzt geh auf mich da glaub ich nicht, halt einfach die scheiße Eiswaffe ja, der zerstört, der macht es einfach wieder wunderprächtig zurück zurück auf den demnander ich mach Eisfall im monk ja kann schon hammern der monk nö, ich bin gegen das land jetzt kann ich nichts machen, ich kann erst mal wieder ein CC wieder den toppt, ey wie geht denn das, ist das ein parlor oder was und jetzt die guten monk kann ich ein, zwei mal machen ich kann jetzt CC, wenn er mich nicht CC top 10 zu Tode ja, wenn er mich nicht CC ich könnte Eisfalle gleich machen, aber ich hab kein stun ready das heißt die wird YOLO Ja, dann mach das, ne? Ne Yolo Eisfalle Oh, ich hab jetzt gleich Eisfalle Warte, ich tritt den vorher nochmal Ja, dann mach Achtung Eis Eisfalle? Ja Ja, geil, miss Dann warte ich bis man mit dem Hammer Ja Die 16 wieder dem Mons Ja Ich kann dir Eisfalle machen Okay Ich kann auch gleich Eiswarte machen dann. Oh warum ich da schneller als ich in Mini Sekunden? Alter. Ich hab's nicht am Ende. 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 Ich kann auch gleich Eiswarte machen dann. Ich brauch' auch nicht am Ende. Jetzt trinkt er. Oh, der ist wieder voll. Oh Mann. Egal, ich geb mich zu 10. Ja, danach kriegt er Eiszolle. Jetzt. Ich geb mich zu 10. Jetzt geh ich auf ihn kurz. Ich bin auf den Monk. Legsweep. Na gut, das kann ich nicht. Jetzt geh ich wieder zurück. Monk, Eisfalle. Ja. Ja, jetzt geh ich wieder zurück. Jetzt geh ich Monk. Jetzt geh ich Monk. Ja. Jetzt geh ich Monk. Ich hätte dich auch wieder haben, aber ich hab's. Burst in deine Wundenfresse. Hast du denn noch eine Buße gegeben da eben? Ich glaub das war das Safe. Ich hab dir keine Buße gegeben, weil du da Dings gezogen hast. Schildkröten. Geh voll auf den Druiden. Zünd bleibt nicht bei allen. Ja. Geh voll auf den Druiden. Hat ja bei den anderen Spielen eigentlich auch recht gut geklappt, sag ich jetzt mal. Da geht eh auf mich der Krieger. Deutsche Druide. Ich bin ein Wirbel. Ich bin ein Wirbel. Ich hör nur Psycho und Psycho. Achtung hier, ähm, Eis, Essfalle. Der kriegt keinen Schaden, wenn der... Samadir? Da geht's mir zum Beispiel. Ach so. Da geht's mit mir. Der kriegt einen Arm. See. Der kriegt einen Arm. Er ist ja auch großartig. Der Efestor hat nicht so genau aufgehört. kannst du es dann ich habe mich haben gekauft ja in deiner perfekt gegen gegen das team ich dachte mir entwacht Untertitelung des ZDF für funk, 2017